Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Home Sweet Home. Ja, habt ihr den Schock aus dem letzten Video schon verdaut? Also ich so halbwegs wieder, ja, ja, ja. Also zwar schon ganz erschreckend, war mal ein bisschen gruselig, war auch ziemlich nice wie ich finde. Aber jetzt geht's auch weiter nach der Suche nach unserer Frau Jane. Sind wir in so einer Art, ja ich weiß nicht, Schule oder so angelangt. Wir haben auch letztens ein Monster hier gehabt, ne? Also im letzten Video, das hier vorbeigelaufen ist und uns, ja, angeguckt hat mit seinen feuerroten Augen und ich weiß, wie gesagt, nicht wo wir sind. Ob das hier so eine Art Schule ist, so ein Schultrakt oder irgendeine Arbeitsagentur. Wir schauen uns mal weiter um. Wir schauen uns mal weiter um und vielleicht müssen wir auch auf die andere Seite. Vielleicht hätten wir einfach rechts gehen sollen in dem Tunnel. Da ist er wieder. Da ist er wieder, dieses Monster. Ich hoffe, das lässt uns in Ruhe, wenn wir jetzt hier vorbeigehen. Ich weiß nicht, was dieses rote Licht auf sich hat. Ob wir nicht da reingehen dürfen. Ob er uns dann sieht. Das weiß ich jetzt halt nicht. Das ist die Frage. Ich frage mich nur, was ist das für ein Ding? Sag ich, der springt mir gleich ins Gesicht wahrscheinlich. Habe ich doch gewusst, er hat uns gesehen. Ah, scheiße. Er hat uns gesehen. Gut. Also wir dürfen nicht in sein rotes Licht rein. Glaube ich, oder? Geht's weiter? Fortfahren? Ja, fortfahren. Habe ich mir schon gedacht. Also wir dürfen nicht in sein rotes Licht. Ah, ich weiß auch nicht, wie wir den dann umgehen sollen. Also wahrscheinlich müssen wir uns so Stück für Stück vorarbeiten. Oder wir müssen einfach fliehen. Wir müssen einfach versuchen zu fliehen. So, einfach mal hier unten hin. Einfach mal was versuchen. Okay. Wir sehen ja, wo wir uns verstecken können. Wo er nicht hinkommt mit seinem roten Licht. Jetzt hier direkt vor ihm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das unheimlich. Hört sich an wie ich beim Schnarchen. Und Junge, ey, nimm mal irgendwie eine Minze, Pfefferminze. Was für den Mundgeruch. Ne. Ach, du Scheiße. Jetzt ist er da hinten hingegangen. Jetzt hat er uns da gesehen. Er geht da weiter. Okay. Gut, weiter geht's. Dem Monster entwischen. Weiterhin. Ne, das war mal ein Hocker. Nicht erschrecken, das war mal ein Hocker. So, hier hinter lang. Ob das so gut geht. Muss er gucken, wo er hinguckt. Okay, jetzt guckt er wieder hier hin. Jetzt guckt er da hin. Jetzt wird er, wenn er das nächste Mal in die andere Richtung schaut, dann rennen wir. Und zwar jetzt. Lauf, 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 lauf. Nein. Oh, Scheiße, er hat uns noch erwischt. Schade. Ich dachte, wir hätten es noch geschafft. Ich dachte, das war jetzt der Weg nach draußen. Aber gut, wir versuchen es nochmal. Das kann ja nicht so schwer sein. Wir haben es ja fast geschafft. Wir waren ja fast schon am Ende. Wir waren ja fast schon am Ende. Ja, dann hast du einfach keine Chance, wenn er dich dann erwischt. Oh, hier. Ich riskiere nichts zu viel. Nicht zu viel. Ich wollte schon zu dem zweiten Ventilator gehen. Aber nein, das habe ich mir dann doch verkniffen. So, zack. Ach du Scheiße. Ich glaube, den habe ich gerade gar nicht gesehen. Den habe ich gerade gar nicht gesehen. Muss ich jetzt zugeben. Wo kam der denn her? Vielleicht bringt das was, wenn wir ihn selber blenden? Nee, ne. Das bringt nichts. Oh Gott, das war gerade knapp. Ich dachte, jetzt erwischt er uns. Weil wir so im roten Licht drin gestanden haben. So. Am besten hinter den Ventilator erstmal gehen. Stück für Stück. Jetzt geht er weiter. Okay. Haha. Okay. Gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass er jetzt hinten zu uns hin leuchtet. Gut. Sein Blick geht bis dahinten hin. Wir haben es gleich geschafft. Komm. Gleich sind wir durch. Das ist zu schaffen. Das ist nicht so schwer. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Okay. So, vorsichtig. Ganz langsam. Und schon die Tür zu. Und wir haben es geschafft. Ach, super. Aber das geht natürlich jetzt weiter. Hahaha. Habe ich mir schon gedacht, dass er uns nicht so ganz leicht entwischen lässt. Ach, guck mal. Und noch ein Teil des mysteriösen Fotos. Wir haben ja schon einen Teil in unserem Haus gefunden. Ein weiterer. Weiteres Foto. Da war gerade wieder das Radio mit diesen Rundfunknachrichten oder Verkehrsnachrichten. Keine Ahnung. Schreckliches Monster. Auf jeden Fall. Was haben wir hier? Gut. Hier ist wieder dieses Radio. Hm. Du, vier. Also ich glaube, das heißt Nummer vier. Vierter Stock vielleicht. Ähm. Wo ist denn die Tür? Hä? Hier war doch gerade noch eine Tür. Ah, lol. Und schuldig ist die Tür weg. Aber gut. Daran muss ich mich jetzt gewöhnen. Ist ja nicht zum ersten Mal so. Gut. Die Tür ist verschlossen. Das heißt, es gibt nur einen Weg nach unten. Nummer drei. Das kann man auch falsch verstehen. So. Hier ist nix mehr. Jane. Ich komme gleich. Ich kann diese Tür leider nicht aufmachen. Schade. Dann müssen wir hier durch. Ach, Quatsch. Janes Stimme kommt aus der dritten Etage. Finde einen Weg hinein. Okay. Ähm. Was haben wir denn hier? Wieder ein Schlüssel. Und eine Nachricht. Aha. Wieder ein Rätsel vielleicht. Notiz des Dienstoffiziers. Auf Deutsch hoffentlich. Ja. In letzter Zeit musste ich nachts oft durch die dritte Etage. Falls ich den Schlüssel nicht zurückgebracht habe, verwahre ich ihn im Tresor in meinem Büro auf. Polizeihauptmann Bunscher. Aber ist das nicht hier der Ersatzschlüssel? Schlüssel zum ersten Stock. Okay. Der Schlüssel zum Entriegeln des ersten Stockwerks der Polizeistation. Ach, wir sind in der Polizeistation. Na, Mensch. Hätte man sich ja denken können. So. Jetzt müssen wir erstmal. Ah, ne. Quatsch. Ha. Wir müssen jetzt erstmal ins erste Untergeschoss. Also in den ersten Stock. Da ins Büro gehen und den Schlüssel für den dritten Stock holen. Aha. So. Die Tür können wir nicht öffnen. Aber aufgepasst. Ihr könnt immer noch irgendwelche Gefahren lauern. So. Hier ist der erste Stock. So. Schlüssel. Und auf. Wer verrichtet hier sein Geschäft? So. Und jetzt muss hier irgendwo. Oh Gott. Ähm. Ähm. Entschuldigung. Entschuldigung. Schließ doch ab. Mann. Du Idiot. Ist der da jetzt nochmal, wenn wir das aufmachen? Das ist die Frage. Nein. Dann ist er weg. Hier war auch nichts drin. Aber das war gerade. Alter. Der war schuld, ey. So von Privatsphäre. Das ist dir egal. Durch den Schacht. Da können wir leider nicht durch. Das Männerklo. Oder war das vorhin das Damenklo wahrscheinlich? Aha. Und wieder ist nur unser Lichtschein zu sehen. Ich geh schon mal vorher ein bisschen weg. Nicht, dass uns gleich wieder was. Hier anspringt. Vielleicht, dass irgendwas im Klo gelandet ist. Ist ja auch manchmal so. Bei One Late Night zum Beispiel waren auch Sachen im Klo versteckt. Falls ihr das Spiel noch kennt. Da war ja auch ganz viel im Klo versteckt und so weiter. So. Jetzt müssen wir das Büro finden des Hauptmannes. Und dort den Schlüssel für die dritte Etage finden. Und dann wieder hoch zu gehen. Aber natürlich weiter aufgepasst. Aha. Police Station. Aber diese Police Station hat auch schon bessere Tage hinter sich. Aha. Was haben wir denn hier? Spezialausgabe. Einsicht in die Preta. Wer oder was ist Preta? Ein Preta ist eine Art Geist. Aha. Vielen Dank für die Aufklärung. Eine Preta ist eine Art Geist. Vor allem bekannt durch den Buddhismus, Hinduismus und weitere verwandte Religionen. Man sagt, er wäre ein Geist, der unendlichen Hunger und Durst erleide. Manch einer nimmt an, dass Menschen, die zu ihren Lebzeiten Todsünden beginnen, wie beispielsweise Diebstahl, als Preta wiedergeboren werden. In Thailand ist die Annahme recht verbreitet, dass das Verletzen der eigenen Eltern ebenso zu einer Wiedergeburt als Preta führt. Ein Preta wird für gewöhnlich umschrieben als eine große Kreatur. Hoch wie eine Palme. Hände so groß wie Palmenfächer. Ein Mund so klein wie ein Sandkorn. Er ist dazu verdammt, sein Leben lang unter seinen begangenen Sünden zu leiden. Aha. Und so einen Preta haben wir ja gerade gesehen, als wir geflüchtet sind oben. Das war also so ein Preta. Groß wie eine Palme. Die Beschreibung, die passt eins zu eins. Das heißt also, es ist jemand, der eine Sünde begangen hat. Vielleicht einer der vier Jugendlichen, die die 60-jährige Oma geschlachtet haben. Oder wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Okay, jetzt wissen wir also schon mal Preta. Preta ist also eine Art Geist, der so wiedergeboren wird, weil er viele Sünden begangen hat. Aber damit ist unser Problem noch nicht gelöst. Wir müssen immer noch das Büro des Hauptmannes finden. Ist es das hier? Ach, guck mal. Da hätten wir auch von der anderen Seite hingehen können. Hier ist ein weiterer Abstellraum. Hier ist ein Schacht. Den kriegen wir so nicht auf. Aber geht es dahinter überhaupt weiter? Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo eine Brechstange finden. Haben wir nicht irgendwie eine? Ich frage mich auch, wo das Inventar ist. Haben wir gar kein Inventar oder so? Ne, ist nur Hauptmenü. Fortfahren. Wir haben gar kein Inventar. Weil wir hatten ja schon mal so eine Brechstange oder eine Stoßstange, womit wir ein Luftfach aufmachen mussten. Na gut. Dann gehen wir jetzt hier ins Büro und schauen uns mal ein bisschen um. Ob wir den Schlüssel irgendwo finden. Der wahrscheinlich irgendwo in der hintersten Ecke versteckt ist. Viele Drucker, viele Papiere. Polizeihauptmann, Bunscher, Subsuranz, Schreibtisch. Das hört sich doch gut an. Ein Hinweis auf etwas. Aha, 06, 0108. Ist das auch irgendwie wieder eine Zahlenkombi? Ah, für den Tresor. Ha, leckt mich am Arsch. Für den Tresor. Natürlich, 06, 0108. Und da ist der Schlüssel drin, ne? Erstes Passwort auswählen. Warte mal, 90, 0, warte mal, 0, 06, ne? Oder? Was steht da? 06, 0108. 06. Ist das dann hier 6? 06? Ist das das hier? Ich mach einfach mal. 08. 08. So, 08 und? Ach, 01. Nein, ah, Mist. Ne, 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 ne. 08. Zurücksetzen. Ich mach nochmal zurücksetzen. So, jetzt nochmal ganz von vorne. 06. So. Das ist schon mal das erste Passwort. Das zweite Passwort. 01. Und dann 08. Hat's geklappt? Nö. Hat's geklappt? Ne, leider nicht. Hm. 06, 0108. Wie ist das zu verstehen? Aber wie soll ich denn die 6 auswählen? Oder ist das irgendwie... Warte mal. Da ist doch noch ein Hinweis. Ein Hinweis auf etwas. Da ist unten ein Pfeil, der auf etwas zeigt. Und da oben ist auch noch ein Pfeil. 06, 0108. Ist hier noch irgendwas, was uns... Ne. Gut, das interessiert uns nicht. Das verstehen wir eh nicht. Ich versuch's jetzt noch einmal. Oder ist das... Das ist doch eine 6, ne? 06, 0108. Erstes Passwort auswählen. 06. Aber das ist ja 6, 0. Wahrscheinlich dann hier. Ich mach einfach mal 0. Ah, Moment. 0. Pass auf. Jetzt vielleicht. 06, 0. 1. Und dann 08. Ne, funktioniert ja nicht. Wir haben ja nur drei Versuche. Also 06, 0108. Was es damit auf sich hat, versuchen wir mal im nächsten Part rauszufinden. Das würden wir jetzt zu lange. Und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie geknackt kriegen. Dann holen wir uns den Schlüssel fürs dritte Stockwerk. Und dann schauen wir mal, ob wir so einfach wieder hochkommen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bye. Home sweet home. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.